Heute mal wieder so ein kleiner OWL-Vlog bzw. Harley-Vlog. Für mich ging es heute zum Schienersee bzw. wird ja auch immer Stausee genannt. Knapp eine Länge von 3,1 Kilometern, ungefähr 350 Meter weit. Ich finde ihn ziemlich interessant als kleinen Zwischenstopp, sage ich mal, weil man auch gerade hier in der Umgebung dann auch verschiedene Anfahrtmöglichkeiten hat, wie zum Beispiel die Thonenburg, den Köterberg und so weiter und so fort. Na ja, seht selbst, viel Spaß mit dem Video. Das hat aber ein bisschen lauter geknallt als vorher. Ja, ich hätte immer noch ein bisschen schluss, dass der Sound nicht richtig rüberkommt. Aber meine Bedenken bei dem Video zur Kurve, wo ich dachte, ich müsste da irgendwelche Windgeräusche rausfiltern, selbst bei höheren Geschwindigkeiten, das war ja überhaupt kein Problem. Da hinten der Köterberg, falls man den sehen kann. Hier lässt es sich schon gut leben in Osterfalen. Da oben ist übrigens die Schwalenberger Burg. Den Namen blende ich jetzt mal ein. Auch mega geile Aussicht, kann man sehr gut essen. Top. Hier muss man definitiv immer so ein bisschen aufpassen. Es kommt mal vor, dass die Kurven hier vom Gegenverkehr geschnitten werden. Von daher, Probe. Genau sowas meine ich halt. Obwohl er jetzt halt nicht geschnitten hat, aber es wird halt ja schon ziemlich eng. Oh, was ist das denn? Ah, okay. Ich dachte schon wieder so ein Reh hier. Hier sind es einfach nur die Hühner abgehauen. Auch das ist OWL. Ja, aber ohne den Schieder sehe ich jetzt irgendwie schlecht zu reden. Ich denke, gerade für Motorradfahrer eignet er sich halt ideal so als Zwischenstopp, würde ich mal sagen. Das ist ganz schön, da mal eins zu rauchen, sag ich mal, mal einen Kaffee zu trinken. So, das ist ja eigentlich der Eingang, den ich meinte. Aber mir gefällt eher die andere Seite. Ich mag das einfach, so mit dem Motorrad auch am Wasser entlang zu fahren. Und das ist auf jeden Fall bei der nächsten Einfahrt gegeben. Aber wie gesagt, das ist komplett Geschmackssache. Der eine ist der andere so. Da sieht man schon ein bisschen was. Wenn man jetzt hier reinfährt. Parkplatz am Staudamm. Richtung Glashütte. Das finde ich, kann sich auf jeden Fall sehen lassen, hier so ein kleines Zwischenstopp. Aber hier ist es halt schön ruhig, ne? So, die Ampel kenne ich auch noch nicht. Aber heißt ja grün, alles easy. Und ich meine jetzt gleich hier rechts den Parkplatz. Aber wie gesagt, also hier ist es schon natürlich. Und ich meinte den Parkplatz hier unten. Ja, das ist eigentlich das, was ich so meinte, ne? Das ist, glaube ich, jeder Staudamm. Aber das finde ich auf jeden Fall auch ziemlich cool. Und ja, wie gesagt, auch für größere Ausfahrten, also mit mehreren Leuten, hat man hier genug Platz, ne? So, dann fahren wir jetzt mal wieder zurück. Da haben wir auf jeden Fall nochmal schön so ein bisschen die Sicht hier. Ja, auch wieder gut, optimal. Ja, also, wenn hier halt die Baustelle weg ist, dann sieht das Ganze nochmal ein bisschen anders aus. Oh, das ist mir gerade mal aufgefallen, dass ich gleich mal tanken müsste. So, die Tankerzeige ist schon mal bei Null jetzt. Oh, recht. Jetzt hoffen wir mal auf jeden Fall, dass wir noch ne Tanke finden. Sonst muss ich gleich Mayan Paul rufen. Die wird mit Sicherheit ziemlich begeistert sein dann. Ja! Ein Glück, Alter. Ein Glück, ey. Ich glaube, in Rischnau gibt es tatsächlich hier. Paradiesmühle. Ach, hier ist das. Guck mal. Na, hier müssen wir auf jeden Fall auch nochmal was machen. Hätte ich definitiv auch noch vorstellen. Die werde ich ja mal heute noch anschreiben. Ob wir da bald auch mal so ein Video machen dürfen. Wie bei der Kurve. Wie gesagt, ich will das nicht einfach ohne Genehmigung machen. Das finde ich immer ein bisschen cool. Ja. Man sieht, da geht es schon wieder Richtung Köterberg. Ja. Ach ja, Herbst ist auch schon geil. Für die Jahreszeit. So, jetzt kann man das gut aushalten. Ja, und wer sich erinnern kann, hier ist das mit dem Reh passiert. Äh, wir machen. Video zum Köterberg. Krass. Oh Mann, ey. Ich würde mich lieber einfach Harley fahren. Egal, wie stressig der Tag war. Einfach auf den Bock drauf. Eine Runde drehen. Und kommt entspannt nach Hause.